Weiter, 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 weiter. Und dann zum Beispiel, man macht so, kann man gerade auf der Liste Lieder spielen, aber ich mache eine Sammlung, singen Lieder, nicht nur ein Satz. Und das ist ein Schema für dich. Man setzt das auf den Titel und macht das einmalig und zusammen mit anderen Gitarren und mit anderen Kallen zusammen. Kann man es hier machen? Zusammen, das ist ein Schema. Man hat es ein Schema. Aber da steht gerade auf der Gitarre. Das ist die hintere Seite von meiner Gitarre. Ja, da ist, da ist, da ist, das wird mir immer so sehr. Akkordische, Sammlung von der Makkordischen Frage. 24. Akkord, 24. Das ist 12. Aha. Majör. Ja, das ist eine Tabelle. Ja, das ist eine letzte Bezeichnung. Ja, das ist eine Art von Freizeit. Und das ist ein sehr.